Wer auf ein Notebook für unterwegs angewiesen ist und gleichzeitig gerne mal die ein oder andere Runde zockt, hat oft einen zusätzlichen Gaming-PC zu Hause stehen. Zum einen aus Komfortgründen, zum anderen wegen der Leistung. Dass sich beides aber auch gut und vor allem einfach kombinieren lässt, möchte ich euch in diesem Video einmal zeigen. Das Ganze ist eine Kooperation mit Nvidia und Notebooks Billiger.de, die es mir ermöglichen, dieses HP Omen Notebook im Wert von über 2000 Euro an euch zu verlosen, dazu später mehr. Davon abgesehen haben die beiden aber keinen Einfluss auf den Inhalt des Videos, wir werden daher zusammen rausfinden, welche Vor- und Nachteile so ein Setup mit sich bringt. Alle Infos gibt es nach dem Intro, viel Spaß dabei! Werfen wir erstmal einen genaueren Blick auf das Notebook. Das ist ein HP Omen mit einer Nvidia GTX 1070 8GB und einem Ultra HD IPS Display inklusive G-Sync. Bei den Grafikkarten der 10er Reihe wird nicht mehr richtig zwischen Desktop und Mobil unterschieden. Man hat hier also wirklich ordentlich Grafikleistung zur Verfügung und erreicht nahezu identische FPS-Raten wie mit einem vergleichbaren Desktop GTX 1070 PC. Hinzu kommen ein Intel i7-7700HQ, 32GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine 512GB PCI Express SSD und eine 1TB HDD als Massenspeicher. Also eine ziemlich gute und leistungsfähige Konfiguration. Das Gerät besteht aus Aluminium und Kunststoff, ist stabil gebaut und auch die Optik kann sich denke ich sehen lassen, vor allem mit den Carbonflächen und den roten Akzenten. Der Kollege Hardware Deals hat sich übrigens gerade ein ähnliches Notebook angesehen und ist mit einem Desktop-System verglichen. Sein Video findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Im Endeffekt steht das HP Omen hier stellvertretend für viele andere aktuelle Notebooks. Wichtig ist nur, dass es einen USB-Typ C oder Thunderbolt 3 Anschluss hat, denn nur damit wird das gesamte Setup so genial wie es ist. Über diesen einen Stecker können wir das komplette Equipment zu Hause anschließen und je nach Modell auch das Notebook aufladen. Das hier ist ein Thunderbolt 3 Dock. Es bietet mehrere USB-Anschlüsse, einen Kartenleser, einen Kopfhöreranschluss, HDMI, LAN und zweimal Thunderbolt bzw. USB-Typ C. Daran habe ich mein Netzwerk, meinen Monitor, Tastatur, Maus und Headset angeschlossen. Wenn ich dann nach Hause komme und mein Home Setup nutzen möchte, stecke ich einfach das eine Kabel vom Dock in das Notebook und das gesamte System ist sofort einsatzbereit. Außerdem braucht ihr bei vielen Geräten auch das Netzteil vom Notebook nicht mehr und könnt es zum Beispiel in eurer Tasche lassen, weil das Dock ebenfalls für die Strom zuvor sorgt. Das hängt allerdings vom Notebook, der Stärke des Netzteils und vom verwendeten Dock ab. Aber mal ehrlich, noch einfacher kann es eigentlich überhaupt nicht gehen, das ist schon eine ziemlich coole und sehr praktische Sache. Das Nutzungserlebnis ist dann natürlich mit einem Desktop-PC gleichzusetzen, also durch Tastatur, Maus und Monitor vergisst man ganz schnell, dass man hier ein Notebook verwendet. Je nach Dock lassen sich zum Beispiel auch zwei Monitore verwenden und man kann das Notebook-Display ebenfalls zusätzlich nutzen. Der i7 hat zusammen mit der GTX 1070 ordentlich Power, sodass Gaming in Full HD und WQHD gar kein Problem darstellt und sogar in Ultra HD zumindest annehmbare FPS-Raten zustande kommen, also so, wie man es halt von einer GTX 1070 kennt. Die genauen Ergebnisse hängen selbstverständlich vom Notebook und der Ausstattung ab, ich kann hier also nur für dieses Gerät sprechen, aber man muss einfach sagen, dass das für ein Notebook echt ordentlich ist. Das typische Nvidia-Software- bzw. Feature-Paket lässt sich hier natürlich auch nutzen, also wir haben ganz normal GeForce Experience, inklusive Shadowplay zum Aufnehmen, einem Tool für Livestreams, Nvidia Highlights und G-Sync funktioniert logischerweise auch, ist bei diesem Gerät hier ja wie gesagt auch gleich mit verbaut. Ziemlich cool ist generell noch, dass man seine Daten immer zur Verfügung hat und Dateien, laufende Projekte, Speicherstände oder ähnliches nicht zwischen verschiedenen Geräten transferieren muss. Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings auch, wenn ihr nämlich mit dem Notebook unterwegs seid und es nicht am Netzteil angeschlossen habt, wird die Leistung der Grafikkarte reduziert, weil der Akku sonst einfach super schnell leer wäre. Man hat zwar immer noch genug Power, um zwischendurch mal ein Ründchen zu spielen und kann auch das Standard-FPS-Limit von 30 Bildern aufheben, aber man muss halt wissen, dass man in dem Fall nicht die volle Leistung erhält. So Dinge wie zum Beispiel die Akkulaufzeit, die Lautstärke unter Last etc. möchte ich hier nicht pauschalisieren, weil im Endeffekt geht es ja nicht um speziell dieses Notebook, sondern um die generellen Möglichkeiten eines aktuellen Gerätes in Verbindung mit so einem USB-Typ-C bzw. Thunderbolt-Dock. Und da muss ich einfach sagen, dass ich wirklich begeistert bin, wie schnell und nahtlos dieses System funktioniert und wenn jemand Mobilität und Gaming verbinden muss oder möchte, ist das meiner Meinung nach eine wirklich geniale Möglichkeit. Und somit lautet die Antwort auf die Titelfrage, ob ein Notebook einen Desktop-Rechner ersetzen kann, selbst wenn es um Gaming geht, natürlich ja, sogar erstaunlich gut und sehr komfortabel. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch also gerne mal genauer anschauen. Dort findet ihr wie gesagt auch das Video von meinem Kollegen Hardware-Deals und ganz wichtig auch das Gewinnspiel-Video mit allen Infos zur Teilnahme. Denn dank Nvidia und Notebooksbilliger.de darf ich dieses schicke HP Omen jetzt an euch raushauen. Daher nochmal besten Dank für die Unterstützung und hier seitlich könnt ihr jetzt direkt weiterschauen. Ich freue mich auf euer Feedback und damit möchte ich mich verabschieden. Macht es gut Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.